Nächste große Thema quasi, jetzt persönlich sind wir durch, Ausrüstung, du hast angefangen mit der 550D, die gibt es ja glaube ich jetzt schon für 300 Euro oder so, habe ich glaube ich gesehen, die ist mega günstig, sogar mit Objektiv als Kit-Version, glaube ich sogar schon. Kann ich mir gut vorstellen, ja. Und da haben ja unwahrscheinlich viele mit angefangen, also die 5D Mark III war glaube ich die erste, die richtig gute HD-Qualität hatte und das war so mein Einsteigerding, wo ich gesagt habe, der Film ist ja ganz cool und ich muss ganz ehrlich sagen, ich persönlich habe zum Beispiel sofort mit Filmen angefangen und Foto war nie was für mich und ich mache ja Hochzeitsvideos und bei mir ist immer so, machen sie auch Fotos oder machen sie nur Videos, wo ich mir denke, nee, Standbilder machen andere, ich mache Bewegtbild. Also ich kriege da immer so einen kleinen Hals, wenn ich das höre. Ja. Also ich kann verstehen, wenn Leute das für das Gleiche halten sozusagen, aber ja, das geht halt nicht. Also ich habe einen Freund, der macht sogar manchmal Foto, Video und ist dann abends noch DJ an einem Tag. Echt jetzt? Und der ist, also der ist nach so einem Tag ist der Kurs vom Herzinfarkt und der ist Mitte 30 so. Also solange wir, also wird er das so zusammen auch nicht mehr machen. Er ist schon wirklich krass. Also und Foto und Video gleichzeitig auch schon die Hölle. Also ich habe jetzt von Kollegen gehört, eigentlich coole Version, du machst die ganze Zeit Video und machst dann hinterher, sagst du, okay, jetzt machen wir Break, jetzt machen wir Fotoshooting, also jetzt stillstehen bleiben und lächeln und knutschen und danach machen wir wieder Video. Und das macht er dann so, weil das Foto selber, du hängst dir vielleicht ein Foto, zwei Fotos auf und das war es nach der Hochzeit und brauchst du nicht. Aber also alle drei Sachen, das habe ich echt noch nie gehört, das ist ja echt ultra krass. Und dann wahrscheinlich so Anfragen wie, was so teuer und 300 Euro reicht das nicht und ja, ja. Ja, genau. Das regt mich am meisten auf so, ja. Also wenn so Leute das nicht wissen, wie viel man überhaupt einnehmen muss als Selbstständiger, um auf ein niedriges Level irgendwie zu kommen, so und das ist schon heftig. Das musste ich auch erst lernen, aber. Ja, ich habe gehört, dass das in allen Branchen so, egal in welcher Branche, auch sogar im Fernsehen und so, wird dann noch mit dem Preis rumgehandelt und so und ja, gut, naja, das ist doof, machen wir weiter. C200 hast du jetzt momentan aktuell und das nächste große Baby soll eine Red werden oder was ist da so geplant? Da habe ich schon mit sehr vielen Leuten drüber geredet, auch mit dem Sascha, den du ja auch schon angesprochen hattest vorhin, der jetzt auch wieder eine Red hat, die Gemini, also die Epic mit dem Gemini-Sensor, ist schon ein super sexy Teil. Mir ist einfach immer so dieses Handling und so ein Dorn im Auge. Also ich bin so ein Run-and-Gun-Shooter, mir war schon die C200 am Anfang schon fast zu klobig irgendwie. Mittlerweile habe ich mich da aber dran gewöhnt und kann mit der auch gut rumrennen, den ganzen Tag lang. Deshalb würde ich sagen, so bei der Red, die ist mir einfach noch zu groß für die Projekte, die ich gerade mache. Was aber auf jeden Fall für so eine Red sprechen würde, wäre die Bildqualität. Also das Umwelten wäre es ja nochmal als das von der C200 und ich mag den Red-Look einfach. Viele mögen den ja nicht, aber ich bin da voll der Fan von Skintones oder auch so Naturfarben, so Wald oder Pflanzen oder so. Ich finde, es sieht immer mega aus. Also ich bin schon Red-Fan, aber im Moment ist die Canon nach wie vor die perfekte Kamera für mich. Die Datenraten sind halt extrem hoch. Also du sagst, du musst ja diese Karten, das sind ja keine CFAS-Karten, sondern Red-Max-Karten oder so. Genau. Da kostet dann auch so eine Karte mal eben 3.000 Euro und davon reicht aber nicht eine am Set, sondern, also es ist wirklich, das sind ja... Ja, das ist auch so eine Sache. Ich merke das ja jetzt schon mit der C200, ich filme jetzt auch nicht alle Projekte in RAW, auch einfach, weil es so, also ich meine, eine Stunde sind 500 GB und das ist schon heftig. Also jetzt schon in 4K RAW ist das schon heftig und dann mit 8K irgendwie, das kann ich mir im Moment einfach nicht vorstellen und ja, ist schon heftig und man braucht es auch nicht wirklich. Nee, man braucht es nicht. Also es gibt so viele Filme, die noch in 1080p hochgeladen werden, auch bei größeren Kunden. Ja. Die Fernsehproduktion läuft teilweise immer noch auf 720p. Mhm. Ja. Das ist ganz, ganz oft, weil, ja warum? Ich meine, die Qualität ist ja immer noch gut. Genau, ja. Und eben, wenn man sich das in Facebook anguckt oder auf YouTube, bei mir sind irgendwie 60% gucken sich das auf Mobilgeräten an, auch da reicht 720p vollkommen aus. Wenn es ein gutes 720p ist und, also ich mache mir da, was die Auflösung angeht, nicht so den Stress. Das sage ich auch immer den Abonnenten irgendwie, dass die Auflösung das Letzte sein sollte und dass sie irgendwie denken und dass es viel mehr Faktoren gibt, die wichtiger sind als Auflösung. Ja. Ich finde, das Video muss einfach super interessant sein. Wenn du, also die YouTube-Gemeinde ist ja wirklich hardcore. YouTube hat ja im Hintergrund, ähm, machen ja so Tests und die sagen, wenn du ja nach 4 Sekunden, äh, wenn die Leute abschalten, dann gucken die das Video nie. Dann gucken die das nie zu Ende. Und wenn die länger dranbleiben als 10 Sekunden, gucken sie das meistens zu Ende. Und das sind ganz viele Faktoren, wo ich sage, ja, wenn du die nicht sofort abholst, die Leute, wenn die das Video anklicken. Es gibt hunderte von Videos, auch von Filmemacherkollegen, wo ganz am Anfang stundenlang Musik, irgendwelche Landschaften und das Thema kommt einfach nicht. Und erst nach einer gefühlten Minute oder zwei fangen die dann an, sag ich mal, mit dem Video, wo ich mir denke, die haben das irgendwie noch nicht so ganz verstanden, weil du musst sofort anfangen und dann zwischendurch mal ein bisschen langweilige Sachen machen. Genau. Und den Spannungsbogen so ein bisschen. Ich glaube auch. Hin und her. Das ist eigentlich so. Das, was ich versuche bei meinen Videos. Das ist nicht immer. Ich meine, Interview ist sehr trocken und sehr langweilig, muss man einfach sagen. Ich versuche es spannend zu machen. Du hast ja gesagt. Man ist jetzt sowas hier, oder was? Ja. Ich finde es gar nicht langweilig. Ich finde es ja entspannend. Ja, ich auch nicht. Aber zum Gucken ist es super langweilig. Ja, zum Gucken schon. Aber so ein Podcast ist ja auch, glaube ich, eher sowas, was man so im Hintergrund mal laufen lässt beim Frühstück oder so. Oder? Ja, Podcast. Also ich habe ja zwei Varianten. Ich mache ja einmal zum Blören. Nur das ist ja nur beim Joggen gehen oder so. Oder wie du sagst, beim Frühstücken. Oder die zweite Variante ist YouTube. Das kommt ja dann dein Footage-Material auch mit rein, dass man auch so ein bisschen sieht, wer bist du, was machst du und was ist das überhaupt, dass es halt nicht langweilig ist. Genau so ist das dann. Aber das ist halt so viel Arbeit, weil dieses Interview geht ja eine Stunde. Anderthalb Stunden und dann ist das, ja. Viel Spaß beim Schneiden. Ja, danke, danke. Bei Damien Cooper saß ich, glaube ich, insgesamt acht Stunden an diesen drei Videos dran. Ja, das ist auch so ein Standard-YouTube-Workload, den ich jetzt so habe. Aber du hast ja kürzere Videos, oder? Du hast ja sechs, acht, neun Minuten für ein Video. Ja, also gut, ich brauche jetzt nicht immer acht Stunden, manchmal auch vier Stunden oder so. Aber es geht schon so in die Richtung vier, fünf, sechs Stunden. Ja, jetzt, bevor ich, nächstes Thema wäre Marketing. Eine Sache möchte ich vorher nochmal fragen. Und zwar, du machst, finde ich, richtig interessante Sachen. Du warst jetzt zum Schluss in London bei Blackmagic und hast dich mit Da Vinci Resolve ausgetestet. Und da machst du jetzt zur Zeit noch das Video zu oder bist du dran? Das ist schon öffentlich. Also am Sonntag, also vorgestern, ist es online gekommen. Gut, da war ich dabei arbeiten. Kein Problem, alles gut. Dann gucke ich mir das auf jeden Fall an. Weil du hattest davor nämlich die Reihe von der Ari-Reihe. Das fand ich, da habe ich mit Ferdi auch drüber gesprochen, sehr cool gemacht. Sehr interessant. Geht bald weiter. Ja, wirklich. Ja, ja, das waren, also das Ding ist, bei Ari, die haben ja wirklich, die machen der, im Haus machen die ja alles. Und das Problem ist, dass die da sicherlich irgendwo Sachen rumstehen haben, die jetzt nicht die Öffentlichkeit unbedingt sehen sollte. Und deshalb wollten die natürlich vorher zur Kontrolle, ohne da jetzt irgendwas inhaltlich zu bestimmen, wollten die mal kurz da reingucken und mir dann Bescheid geben. Und dann gab es auch ein, zwei Feedback-Schleifen sozusagen, wo ich dann auch was ändern musste und ich war dann wieder viel unterwegs und dann hat sich alles so gezogen mit den weiteren Videos, aber dann geht es weiter. Genau. Ja, cool. Da bin ich ja mal mega gespannt. Ja, das war bestimmt auch voll der coole Tag da mit denen, oder? Mega, ja. Wir haben wirklich alles gesehen. Also wir haben gesehen, wie diese Alexa-Minis da rumstanden. Da war so ein Regal, wo grob überschlagen 250 Alexa-Minis rumstanden für die Kunden und das waren dann halt einfach mal so drei Millionen Euro oder so in so einem kleinen Regal. Krass. Wir haben gesehen, wie die hergestellt worden sind, dazu kommt auch bald das Video, diese ganze Post-Production-Geschichte haben wir uns angeguckt. War sehr spannend, ja. Mega cool. Ja, dann stehst du ja echt mit offenem Mund da und denkst so, äh, will ich haben, komme ich... Auf jeden Fall, ja. Mal schauen. Richtig. Ich hatte noch nicht das Vergnügen, auf einer ARRI zu arbeiten. Ich weiß nicht, ob du da schon mal Erfahrung mit hattest. Nein, der Daniel, der hat eine ARRI, hat sich jetzt gekauft, eine ARRI Alexa-Minis und er sagt, das ist total geil, weil du kannst auch alles dranbauen, aber er sagt, das Ding ist sausuperschwer, weil er hat auch diesen Easy-Wig dafür, den Ronin 2 und er sagt, ohne dem, du gehst kaputt, weil das Ding ist einfach super sauschwer. Wenn du dann noch ein richtiges Profi-Objektiv, hat er jetzt bei seinem letzten Dreh, das hat irgendwie das Objektiv. Frag mir nicht nach dem Namen, das war irgendwo ein französischer Name. Mal Audre Nieu wahrscheinlich. Ja, ja, genau, genau, genau. Und das Objektiv hat 50.000 Euro gekostet, plus die Kamera, also unfassbar, unfassbar und das krasse, also ich, nicht, dass du mir böse bist, Daniel, wenn du das hörst, aber ich finde, das fällt nicht auf. Also das hättest du, glaube ich, hätte man auch keinen Unterschied gesehen jetzt auf YouTube, wenn man das jetzt mit einer GH5S oder so gedreht hätte von der Qualität. Du weißt, was ich meine, oder? Ich weiß auf jeden Fall, was du meinst. Das ist auch so eine Sache, die ich, ich glaube, das habe ich noch nicht mal so wirklich im Video erwähnt, aber das müsste ich mal, weil man muss sich immer fragen, wo landet so ein Video und wenn es auf Facebook oder YouTube landet, dann könnte man eigentlich auch eine C200 oder eine GH5 oder sowas nehmen und diese extra 10% an Bildqualität, die jetzt einem so eine ARRI irgendwie beschert oder vielleicht die extra 20%, die sieht keiner, also zumindest nicht auf YouTube. Ja, so sehe ich das. Ja, ich bin jetzt momentan so im Hintergrund dran mit Kino, wie bringe ich einen Film ins Kino und so und da ist wirklich 12-Bit-Farbraum, also hier dieser 4, 4, 4, 4, das ist ultra high-end und der Kollege, mit dem ich das mache, der sagt auch, das ist wirklich Königsklasse. Also wenn du bei dem Level bist, aber was krass ist, jetzt hat dich in Post auch dieses T, was hast du auch erwähnt, was Da Vinci jetzt kann, dieses DCP-Format, damit du das ins Kino bringen kannst. Das kann Da Vinci zwar, aber es ist sauschwierig, dass der Kino-Beamer das wirklich abspielt, weil die großen Hollywood-Konzerne, das sind, so hat er das gesagt, das sind alles paranoide Menschen, die wollen halt nicht, dass du einfach mit dem MP4-Stick dir das einfach kopierst, diesen Kinofilm und darum haben die das so, das Package ist so kompliziert, dass du nicht das einfach kopieren kannst. Wenn du die, du hast jetzt eine Festplatte, wo der Film drauf ist und wenn du den einfach kopierst, dann ist das Datum anders im Hintergrund bei dem Package und das nächste Kino, die Kopie, kann das nicht abspielen. Das heißt, du musst das Ding dann klonen, damit das wirklich funktioniert und das musst du auch nochmal kontrollieren. Das heißt, wenn du dann so 200 Kinos hast, die du bespielen möchtest mit deinem Film, dann hast du ordentlich was zu tun. Krass. Ja, Kino ist echt wirklich eine ganz andere Liga. Und er hat mir erzählt, zum Beispiel Leute, die nur dieses Package machen, professionell, pro Filmminute kostet das 25 Dollar. Und wenn du dann überlegst, wenn ich dann einen Film habe, der, keine Ahnung, 120 Minuten, was das an Kohle ist, also unfassbar. Ja, naja, kommt auf jeden Fall, sind wir dran, das dauert aber noch ein bisschen, sind wir dran, wie man das halt selber machen kann, dass das funktioniert. Da bin ich mal gespannt. Ja, es dauert, du kennst es ja, es dauert. Ich kenne es auch, ja, das Ari-Projekt haben wir im März gedreht, jetzt haben wir August. Dauert alles, ja. Ja, aber dann macht es ja auch Spaß, oder? Was ich festgestellt habe beim Schneiden, ich mache ein Projekt, ich filme etwas und beim Film denke ich mir, boah geil, ich mache das so, so und so und so. Dann liegt das da, das Footage und dann liegt das da, das Footage. Und ich habe nie die, ach nee, komm, machst du morgen, ach nee. Weil der Beginn ist immer so mühselig. Aber wenn ich dann dran bin, bin ich halt voll dran. Dann so, ach geil, 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 geil. Aber dann will ich es auch meistens zu Ende machen. Weil wenn ich dann nochmal dran muss, dann habe ich meistens keinen Bock mehr. Ja, kenne ich ganz genau so, ja. Also ich mag Feinschliff total gerne, wenn ich schon den Grobschnitt, die mühselige Arbeit so gemacht habe, dann läuft es wie von alleine sozusagen. Aber erstmal so dahin kommen, dass man so, vielleicht wenn man so einen Reisefilm schneidet, auf den Song erstmal wirklich irgendwie zwei Stunden Material so zurechtschneidet, dass es irgendwie passt. Das mag ich auch gar nicht, von daher war ich da sehr böse, dass ich da eine Zeit lang jemanden hatte, der das da für mich gemacht hat. Ähm, ja. Suchst du denn jemanden noch, der dir hilft? Weil ich meine, der Podcast, da hören ja ein paar. Wenn du jemanden suchst oder einen Praktikanten oder was, dann wäre das vielleicht... Gerade nicht. Gerade nicht. Also ich hatte, im Januar hatte ich auch einen Praktikanten, so einen Schülerpraktikanten, das war auch cool, das war sozusagen die Generalprobe für den Mitarbeiter. Ja, der mit dem blauen Auge, das Video, habe ich gesehen, ne? Ja, gut, der war halt ein bisschen junger, der darf sowas noch. Da habe ich ein bisschen belächelt, aber das war cool, alles gut. Der hat gute Arbeit auch gemacht und so, ich war sehr zufrieden mit ihm. Aber gerade ist halt so die Sache, weil ich viel unterwegs bin, ist es für mich sehr schwer irgendwie zu planen und im Moment zumindest kann ich mir jetzt nicht leisten, bei jedem Dreh irgendwie einen Flug oder sowas noch für einen Mitarbeiter mitzuzahlen oder der Kunde möchte das nicht, wie auch immer. Und deshalb ist es auch schwer, gerade jemanden zu haben, weil es gibt zwei, drei Wochen, wo ich dann gar nichts zu tun hätte für einen Mitarbeiter und es gibt dann wieder Projekte, wo ich wirklich jeden Tag jemanden gebrauchen könnte und ich habe da jetzt noch nicht so die beste Lösung gefunden für mich. Okay, ja, das macht Sinn. Du musst auch natürlich dann genug Arbeit da haben, wenn du dann einen bezahlen musst und das bringt nichts dann. Genau, ja. Aber wenn es da zu groß wird, wie gesagt, kannst du Bescheid sagen. Also ich habe jetzt extrem viele Leute kennengelernt, die auch Aufträge brauchen und Zwischenprojekte machen und so. Ja, ich glaube, wenn, dann würde ich irgendwie vielleicht auch über meinen YouTube-Kanal beziehungsweise aus meinem Bekanntenkreis haben auch schon so ein paar Interesse angemeldet. Mal schauen. Also ich denke, da würde ich auf jeden Fall jemanden finden. Aber gerade bin ich, schaffe ich das noch irgendwie so alleine jetzt wieder? Also mein Plan ist ja, von VideoDo natürlich auch Kontakte zu sammeln, den Leuten Mehrwert zu bieten, wie man halt Videos macht, wie das geht. Im Hintergrund ist noch diese Amazon-Anbindung da, aber das ist so nebenbei. Es geht einfach mehr darum, um die Leute zusammenzubringen, weil ich glaube, Amerika ist schon Vorreiter. Videos sind einfach die Zukunft und viele Unternehmen fangen jetzt erst langsam an. Du wirst das mitgekriegt haben, zum Beispiel Xing und LinkedIn. Die haben letztes Jahr erst umgestellt auf diese Videofunktion, dass du Videos hochladen kannst. Die haben so langsam begriffen, ja, Video ist eigentlich das interessanteste Tool, was es braucht. Und es gibt aber extrem wenig Leute, die Videos machen. Es gibt 100 Trillionen gefühlte Fotografen, aber ganz wenige Leute, die wirklich Video machen. Weil viele Fotografen haben auch gesagt, nee, Video, das habe ich probiert, das ist mir zu anstrengend, das will ich nicht. Und da muss man sich wirklich ein bisschen mit auseinandersetzen, weil du hast ja nicht nur das Bild, sondern den Ton und der Ton ist super wichtig, fast wichtiger als sogar das Bild und dann, wie du sagst, mit der Musik raussuchen. Musik ist auch das Allerwichtigste, finde ich. Wenn du da scheiß Musik hast, dann kannst du das geiles Video haben, da guckt keiner.